Wir haben unsere Kunden mal aufgefordert, das Laufgefühl im Essex Gel Cayano zu beschreiben. Und eine Aussage war, er läuft sich wie auf Moos. Und dieser Vergleich trifft es vielleicht ganz gut, denn die weichfedernde Dämpfung in Kombination mit der guten Führung und der Stabilität, das sind Dinge, die den Cayano unverwechselbar machen. Und um dieses Laufgefühl zu erreichen, hat Essex dem Cayano natürlich auch wieder die wie schon bei den Vorgängern hervorragend funktionierende Geldämpfung spendiert. Neu ist in der aktuellen Version aber das etwas flachere Mittelsohlenkonzept. Dadurch wird Gewicht gespart und der Cayano vermittelt so ein direkteres Bodengefühl. Optimiert wurde auch die Pronationsstütze auf der Innenseite. Durch die Kerbung passt sie sich noch individueller der Pronationsbewegung an und bietet so Überpronierern einen sicheren Schutz. Das Guidance Trusted System, eine Mittelfußbrücke, ermöglicht einen kontrolliert fließenden Bewegungsablauf. Damit der Fuß auch seine natürliche Laufbewegung ungehindert durchführen kann, hat der Cayano ein abgestimmtes System aus Flexkerben sowie eine durchgehende Guidance Line. Ja, das ist der Essex Gel Cayano 19 mit neuer Leichtigkeit, nochmals verbessertem Komfort und sicherem Halt. Und ihr könnt ihn in dieser schwarzen Farbstellung sowie auch in einigen anderen bunteren Farbstellungen in unseren Runners Point Filialen bekommen oder natürlich auch hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com 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 www.runnerspoint.com